In der Schweiz gibt es fünf Kernkraftwerke. Sie produzieren knapp 40 Prozent des Schweizer Stroms. Die Werke haben eine unbefristete Betriebsbewilligung und dürfen so lange laufen, wie sie sicher sind. Nach dem Reaktorunfall von Fukushima haben Bundesrat und Parlament beschlossen, schrittweise aus der Kernenergie auszusteigen. Damit dürfen keine neuen Kernkraftwerke mehr gebaut werden. Die bestehenden Werke bleiben in Betrieb, solange sie alle Sicherheitsbestimmungen erfüllen. Sie werden abgeschaltet, sobald sie wegen der Alterung an ihr Ende kommen. Dieser schrittweise Ausstieg gehört zur Energiestrategie 2050. Die Energiestrategie 2050 fördert zudem die Produktion von Schweizer Strom aus erneuerbaren Energien wie Wasser, Sonne, Wind und Biomasse. Weiter soll die Energieeffizienz erhöht und der Verbrauch gesenkt werden. Auch die Atomausstiegsinitiative will den Bau neuer Kernkraftwerke verbieten. Darüber hinaus fordert sie, die Laufzeit der fünf bestehenden Kraftwerke zu begrenzen. So müssten Betznau I und II sowie Mühleberg im Jahr 2017, Gösken im Jahr 2024 und Leibstadt im Jahr 2029 abgeschaltet werden. Die Initiative verlangt weiter, dass der Bund seine Energiepolitik auf weniger Verbrauch, mehr Effizienz und erneuerbare Energien ausrichtet. Bei einem Jahr zur Initiative müssten bereits 2017 drei von fünf Schweizer Kernkraftwerken abgeschaltet werden. Der dadurch wegfallende Strom könnte nicht rasch genug durch einheimische erneuerbare Energien ersetzt werden. Das Initiativkomitee will einen geordneten Ausstieg aus der Kernenergie. Dies schaffe mehr Sicherheit für die Bevölkerung. Denn schwere Atomunfälle gebe es immer wieder. Das habe Fukushima gezeigt. Bei einem Nuklearunfall würden grosse Teile der Schweiz verseucht. Bei einem Ausstieg falle künftig nicht noch mehr radioaktiver Müll an. Der Atomstrom lasse sich mit einheimischem Strom aus Wasser, Sonne, Wind und Biomasse ersetzen. Ein Jahr zur Initiative gebe die nötige Sicherheit, dass sich Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien lohnen. Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab, weil sie zu einer übereilten Abschaltung der Schweizer Kernkraftwerke führen würde. Dadurch gäbe es mehr Importe von Strom aus dem Ausland. Dieser stammt oft aus Kernkraftwerken und umweltbelastenden Kohlekraftwerken. Durch mehr Importe droht zudem eine Überlastung der Stromnetze. Das könnte die Versorgungssicherheit gefährden. Und bei einem Jahr würden die Kernkraftwerkbetreiber wahrscheinlich vom Bund hohe Entschädigungen für ihre Investitionen einklagen. Der Umbau der Energieversorgung braucht Zeit. Bundesrat und Parlament setzen mit der Energiestrategie 2050 auf einen Kernkraftausstieg, der mit dem Ausbau der einheimischen erneuerbaren Energien Schritt hält. Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative aus diesen Gründen ab. Bundesrat und Parlament